Einen schönen guten Abend. Heute ist es Montag, der 15. Juli 2024. Wir sind wieder mal ein Stückchen weiter nach Norden gefahren, hier in Schweden. Und es ist fast Mitternacht und man hat eine solche Aussicht auf einen See. Hier habe ich ein super, super gutes Netz. Ich versuche jetzt den Film Teil 3 fertig zu machen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Teil 3 unserer Reise-Dokumentation. Einen schönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 6. Juli 2024. Wir sind in Kopenhagen. Heute machen wir eine Stadtbesichtigung und übernachten ein zweites Mal hier. Ja, aber wir denken, dass wir den ganzen Tag brauchen heute und macht das ganze Sinn noch weiter zu fahren. Wir müssen jetzt auch gleich losgehen, weil Monika wollte an so einem Schloss oder einer Burg oder so einen Bach-Wechsel ankommen. Und der findet irgendwie um 11.30 Uhr statt. Das heißt, wir müssen los. Und wir laufen in die Stadt. Das sind circa dreieinhalb Kilometer. Bis zu diesem Schloss sind es viereinhalb Kilometer. Das heißt, wir werden ungefähr eine Stunde brauchen. Hier ein Blick auf den Platz. Ja, der Wetterbericht ist auch für den heutigen Tag eher bescheiden. Vor allen Dingen jetzt heute Vormittag. Im Park von Neitschland, hier gibt es viele Laufstrecken. Das kann ich so, denke ich, so bestätigen. Also man sieht hier überall Läufer, Fußballfelder. Die Stadt kann man auch schon sehen. Also für die Infrastruktur her gefällt mir der Platz gut. Eineinhalb Kilometer kommen wir an dieser hübschen Brücke an. Wir haben hier jetzt alles regenfest gemacht. Es geht wieder los mit dem Regen. Hier gibt es so eine ganze Ecke mit ganz viel Street Foot. Hier ist der touristische Bereich. Also ich wüsste jetzt nicht, wo das Schloss sein soll. Wir gucken gleich. Der Regen bleibt uns weiter erhalten. Er wird sogar stärker auf dem Weg zu diesem Bachabwechsel, bei diesem Schloss. Wir erreichen das erste Ziel. Um zu kommen ist gar nicht so einfach. Hier ist so ein Wassergraben und es gibt fast keine Zugänge. Aber ein riesen Busparkplatz. Ja, hier ist zwar das Schloss, aber das mit der Wachablösung ist beknackt gemacht. Das muss man von der anderen Seite rein. Von je kann man da gar nicht rein. Die Wachablösung war jetzt nicht der Renner, würde ich sagen. Aber es war ein sehr schöner Spaziergang dahin. Jetzt haben wir eine Bäckerei gefunden, wo es Frühstück gibt. Sandwiches, Pizza, alles mögliche, süß. Leider ist kein Platz hier frei, sonst hätten wir uns hier hingesetzt. Ein Platz zum Essen gefunden hier. Ein riesengroßer Marktplatz. Das nächste Ziel ist die kleine Meerjungfrau. Da vorne ein riesen Kurzfahrtschiff. Da vorne, diese kleine Skulptur, ist es wohl. Das Interesse ist hier groß. Der Park ist hier cool angelegt. Also wirklich klasse. Jetzt sind wir quasi auf dem Rückweg schon. Ja, das ist hier so gut. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 7. Juli 2024. Wir sind noch in Kopenhagen, wollen aber gleich losfahren. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich hatte vor, noch laufen zu gehen. Eigentlich steht heute ja auch ein langer Lauf an. Ich probiere mal so 15 Kilometer zu laufen. Komo sagt, heute kein Regen. Vor mir ist auf dem Flughafen. Hier gibt es nochmal so ein Aussichtsboot. Das ist ein Sprungbrett. Hier hinten gibt es auch nochmal ein Wohnmobilstellplatz. Das erste Drittel habe ich geschafft. Ja, aber die Laufstrecke geht hier weiter zu einem schönen Park jetzt lang. Da vorne ist auch die Metro. So landet man mal an dem Wohnbereich von Kopenhagen gerne kennen. Hier kann man auch in einem Wohnzettel wirklich gut laufen. Hier laufe ich wieder Richtung Stellplatz. Da hinten verlasse ich den Weg Richtung Stadt. Ich lege jetzt dann auf diesen schönen Fußweg. Cool. Ja, die haben sich schon was gedacht. Ich laufe hier nochmal ein Rundaufer rum, um mal zu gucken, ob man auch andere Dinge vom Stellplatz aus hat. Hier bin ich jetzt gelaufen. Da kann man nur Richtung Stadt laufen. Man kommt also nicht zurück. Das heißt, ich kehre jetzt um und laufe zum Stellplatz. Sonst wird es zu spät. Ich bin zurück. Ich habe mich sehr beeilt. Ich war pünktlich 10 vor 12 zurück. Um 12 wollten wir losfahren. Ja, es hat genau geklappt. Ich habe auch mal den 15 Kilometer geschafft. Das war ein Durchschnitt von etwa 6 Minuten knapp drunter. Und es war wirklich schön die Strecke. Kann man nicht anders sagen. Die Innenstadt ist halt ein bisschen Zeit jetzt. Ich fahre immer an den Ampeln. Das hast du ja gesehen. Öfters anhalten muss. Wir fahren jetzt Richtung 20 nach Schweden. Das war jetzt cool, weil ich jetzt alle Laufanlein in dieser Woche geschafft habe. Dafür habe ich Yoga nicht geschafft. Das lag aber in erster Linie an den Stellplätzen und vor allen Dingen auch am Regen. Ja, die Laufstrecke ging ja parallel zu dieser Straße. Einmal links beim Hafen entlang und einmal rechts zurück durch das Wohngebiet. Da haben wir zur nächsten Highlightbrücke. Hier ist der Flugplatz. Jetzt sind wir auf der Autobahn Richtung Malmö. Ja, wir haben ganz viele getroffen, die die gleich Strecke fahren. Scheint voll zu werden in Norwegen. Ja, wir haben die Reisplanung so ein bisschen diskutiert. Und haben überlegt, dass wir erst versuchen, ins Landesinnere zu fahren. Und wenn wir da zu sehr wegen Mücken und dergleichen genervt sind, dann machen wir die Strecke neu. Dann gibt es zwei Alternativen, tatsächlich über die Küste zu fahren. Oder auf die Strecke Richtung Nordkap zu verzichten und nach Süd-Norwegen zu fahren. Ein Gefühl nach Abenteuer, fahren unter dem Meer durch. Ja, heute planen wir circa 90 Kilometer zu fahren. Und wir sollen so eine Klosteranlage gegeben mit einem sehr großen Parkplatz. Wir schaffen wieder ein guter Einstieg in die Tour nach Schweden zu sein. Wir sind jetzt in Schweden angekommen. Da war ich auch noch nie in meinem Leben. Hier gibt es einen wunderschönen Küstenwanderweg in Malmö. Auch da mal ein Tipp zu benachten, wenn man hier südlich von Malmö an der Küste irgendwo bleibt. Wir haben es geschafft. Die Mauten sind bezahlt. Wir sind über die Grenze gekommen. Wir sind jetzt um knappe 10 Kilometer. Hier fahren noch viele Wohnmobile, kann man nicht anders sagen. Das Schloss sieht toll aus. Wir sind jetzt hier angekommen, an dem Platz am Kloster. Man darf hier parken und muss halt zwei Eintrittskanten kaufen. Das ist okay, das wollen wir eh machen. Das laufen wir jetzt rüber ins Kloster und sehen uns die ganze Anlage mal an. Bei dieser kleinen Einführung in die Gegend um diese Seen herum, finde ich, hat sich das anderes Geld so gut wie rentiert. Echt klasse. Mir gefällt es hier. Die Anlage ist schön und sehenswert. Die Anlage ist schön und sehenswert. Das ist eine Bußkapelle, in die sich einige Legenden ranken. Das Kaffee da oben kann man auch absolut mir empfehlen. Wir haben so zwei Brote, wir haben so zwei Brote gegessen, Hungersbrote. Die waren wirklich super, super gut. Und wir haben auch klasse Limonaden. Überall gibt es hier Spielplätze. Das ist eine super schöne Parkanlage. Man lernt hier einiges über den Benediktinerorden, über Krankheiten und Hildegap von Ketten. Der Benediktinerorden entstand so im 5. Jahrhundert, 6. Jahrhundert. Was mir gar nicht bewusst war, war, dass der Benediktinerorden das zuvor praktizierte Leben in Armut ablöste durch ein angenehmeres Leben, wo mehr Güter erlaubt waren. Der Benediktiner selbst gründete den Benediktinerorden ins Monte Cassino. Allerdings war es so, dass er selbst diese Armut und dieses Leben im Wandern noch praktizierte. Aber der Orden selber verzichtete darauf. Die Kirche erreicht man von außerhalb des Geländes. Da wird gerade Musik gespielt. Da wollte ich keine Aufnahmen machen. Ja, das Gelände ist einen Besuch definitiv wert. Ich würde die Parfumatkritik auch völlig anders formulieren. Ich würde schreiben, wie darf man übernachten, weil es einfach Spaß macht, diesen Besuch, dieses Gelände hier zu sehen. Ein wunderschönen guten Morgen. Heute ist das Montag, der 8. Juli 2024. Wir sind noch bei dem Kloster in Schweden. Unsere erste Station in Schweden nach Kopenhagen. Ja, der gestern der Tag hier war ja wunderschön. Ja, jetzt, bis vorhin hat es gerechnet, jetzt scheint so ein bisschen die Sonne. Und da überlege ich jetzt, ob ich nicht mal wieder anfange mit Yoga. Letzte Woche ging das ja so ziemlich schief. Da hätte ich ja quasi überhaupt keine Yoga-Einheiten irgendwie hinbekommen. Wir wollen heute noch so circa 170 Kilometer Richtung Norden fahren. Da haben wir einen Parkplatz in einer Stadt ausgeguckt, wo man auch laufen kann, vielleicht auch die Stadt ansehen kann. Und von dort aus besteht die Möglichkeit, in einen Nationalpark zu fahren, um tagsüber eine Wanderung zu machen. Übernachten darf man da nicht. Das ist wieder so ein Ding, wo man sieht, dass Park for Night ganz gut funktioniert. Weil diejenigen, die das Ganze hier kontrollieren und dann auch solche Tipps geben können, dass bestimmte Parkplätze einfach nicht funktionieren. So ist das auf Reisen. Ich hatte eben angefangen mit den Yoga-Übungen, kam sogar bis zu den Beginn der Sitzübungen. Aber es sind so viele Stechfliegen hier oder Schnaken, so dicke, große Schnaken, dass es irgendwie nur halb Spaß macht. Ich habe, weiß ich nicht, 30, 40 Stück einfach so erwischt. Und ja gut, aber ich hätte jetzt noch weitergemacht, wenn es jetzt nicht auch noch angefangen hätte zu regnen. Ja, also das mit dem Yoga ist irgendwie in diesem Urlaub bisher verhext. Das ist jetzt Viertel vor zwei. Irgendwie ist der Wurm mit dieser Reise drin. Jetzt hat die Festplatte ein Problem gehabt. Das hat die Dateisystem zum Tarifried-Unlieg gestellt. Und beim Scan konnte man eine ganze Reihe von Fehlern sehen. Das heißt, ich habe einen Teil meiner Videoarbeit verloren. Da ist ein Dank auch an die schönen Kommentare von unseren YouTube-Kollegen. Einmal zum Thema Dümmersee und einmal zum Thema Schleswig. Wir haben uns sehr gefreut. Ja, wir fahren jetzt los. Verlassen das schöne Kloster. Also die Anlage hier ist absolut sehenswert. Man kommt hier halt her, um auch die Anlage zu besichtigen. Drumherum gibt es nicht so viel zu tun. Aber der Parkplatz ist klasse und die Anlage auch. Und das Essen in dem Kaffee auch. Hier nochmal der Blick auf die schöne Klosteranlage. Morgen was wirklich hart. Also wirklich nichts. In Deutschland kannte ich das so, dass die so vormittags gar nicht so aktiv sind. Aber hier war das anders. Also hier waren ganze Schwärme von Stechfliegen heute Morgen. Jetzt sind sie irgendwie weg. Keine Ahnung. Hier ist auch eine von mehreren Golfplätzen. Also sind es zwei, habe ich gesehen schon. Aber die Golfspieler nutzen einen eigenen Parkplatz. Monika hat mir heute Morgen so eine Kritik vorgelesen. Man meinte, wenn man durch Schweden fährt, würde man nur durch Wälder fahren und das wäre langweilig. Das tun wir momentan, aber ich finde es gar nicht langweilig. Also mir gefällt das hier, die Wälder. Vorhin habe ich dann nach dem Filesystem-Check mal geguckt, ob ich noch welche Dateien kaputt sind. Da habe ich jetzt tierisch Glück gehabt, dass keine Mediendateien kaputt sind, sondern nur Projektdateien. Da habe ich also nur Zeit verloren, also nicht die eigentlichen Daten, die Aufnahmen. Das war der Test, so eine kleine Abkürzung in Schweden zu fahren. Aber bisher sind die Straßen in Schweden wirklich super gut. Ich bin in der See mit einem großen Parkplatz. Das sind wirklich große Waldgebiete, das kann man nicht anders sagen. Nach 100 Kilometern ändert sich die Landschaft wohl wenig oder nicht. Immer wieder findet man solche Seen. Ein Stück Autobahn Richtung Stockholm. Dann, wenn sich die Landschaft wohl nicht ändert, finde ich die Strecke nicht als langweilig. Die hat irgendwas Meditatives. Wir haben so eine Höhe auf etwa 100 Meter und da geht es immer so sachte Berg hoch, Bergbunde. Wir haben da immer so sachte Links- und Rechtskurven, immer wieder Wald, Bäche, Flüsse. Wir nähern uns unserem heutigen Ziel. Auf dem Weg Richtung Parkplatz kamen wir in einem ziemlich großen Einkaufszentrum vorbei. Da haben wir Zeit gemacht und gehen einkaufen. Ich habe auch noch mal einen anderen Parkplatz rausgesucht, mehr am Stadtrat, weil die Stadt scheint mir doch recht groß zu sein. Da macht so ein zentraler Parkplatz weniger Sinn. Ich dachte, das wäre mehr so eine Innenstadt, wo man dann auch ausgehen kann. Das sieht jetzt nicht so aus, aber dafür gibt es viele solche Stadtparks und schöne Gegenden drumherum. Wo man wohl auch laufen gehen können soll. Das probieren wir einfach morgen dann aus. Das Wetterbericht ist sehr bescheiden. Für morgen relativ gut, sodass wir morgen vielleicht eine Chance haben, die Wanderung da in so einem Naturschutzgebiet zu machen. Das geht zurück. Weiter zum Parkplatz. Die Gegend ist nicht schlecht. Eine relativ große Stadt. Wir sind angekommen. Sieht toll aus hier. Gefällt mir. Super, super gut. Sogar mit Laufstrecken und allem. Sogar mit Laufstrecken und allem. Sogar mit Laufstrecken. Sogar mit Laufstrecken und allem. Einen wunderschönen guten Morgen, heute ist Dienstag, der 9. Juli 2024, wir sind noch in Borgen, bei dieser Outdoor-Area, die ist wirklich, wirklich schön, direkt an einem See. Ja, gestern Abend habe ich sogar noch geschafft, die Yoga-Übungen zu machen. Da war so, dass halt die Sonne schien und ein bisschen Wind war. Und in dieser Zeit gab es eigentlich keine Stechfliegen. Und sobald die Sonne so ein bisschen weg war und Wolken kamen und es dann ein bisschen dunkler wurde und der Wind so ein bisschen aufhörte, da waren ganz viele da. Aber da hatte ich die Übungen schon geschafft. Aber das hat mich wirklich viel, viel Energie gekostet, gestern nochmal rauszugehen aus dem Auto und noch die Übungen zu machen. Ja, heute habe ich vor, jetzt gleich einen Lauf zu machen. Das blöde ist, mein Kabel und die Uhr hat nicht aufgeladen. Das heißt, ich muss jetzt noch kurz warten, bis so ein bisschen Strom auf der Uhr ist, damit ich die Tourdaten habe. Nachher wollten wir noch eine Wanderung machen. Auch dafür brauchen wir dann die Uhr. Also warte ich noch kurz und dann geht's los. Hier der Blick auf den See. Das ist auch ein Ausflugsgebiet, das gut besucht ist, aber es gibt zum Glück viele Parkplätze und ganz viele Lauf- und Wanderstrecken. Ja, vielleicht wandern wir auch hier. Also wir diskutieren gerade, ob wir hier eine 8-km-Wanderung machen, die auch sehr, sehr, sehr gelobt wird. Der Alternativfeld wäre zum Nationalpark zu fahren und dort eine 12-km-Tour zu machen, die ebenfalls bekannt ist. Aber beide Touren sind sehr schön, glaube ich. Und beide zusammen schaffen wir nicht. Wir müssen uns für eine entscheiden. Sie möchte 8 km laufen, dann wäre die Entscheidung gefallen. Gemütlich einlaufen. Blick zu diesem wunderschönen Parkplatz. Ja, das ist wirklich ein Tipp. Einlaufen gemütlich, vier Intervalle, ein Kilometer mit 400 Meter Pause. Da unten ist sogar ein See hier. Ja, das ist so eine Art Golfspiel mit Frisbees, das hier aufgebaut wurde und das Feld ist ziemlich groß. Das geht also hier über den gesamten Platz. Und hier ist so eine Abwurfstelle. Walking this Golf Area. Mit so einem kleinen Pfad runter. Ja, auch gleich das erste Mal verlaufen. Träge die Komoot zusammengestellt hat, funktioniert nicht. Ich muss jetzt improvisieren. Erst Intervall habe ich einfach mal so hier losgelaufen. Schlechte Zeit, aber es ging berg hoch. Ja, das zweite Intervall ist geschafft. Berg hoch. Hammer. Ach, Korki. 400 Meter, dann drehe ich um. Diese Straße führt übrigens auch zu diesem Nationalpark. Ja, beim Intervall war offensichtlich die Kamera nicht richtig runtergefahren. Und irgendwie ist der Bildschirm auch nicht mehr gesperrt. Ja, ein bisschen blöd, weil es hat sich die Kameraeinstellung wieder mal verändert gehabt. Ich versuche da selbstverständlich auszugleichen, mal sehen, ob das klappt. Ansonsten ist der Teil bis hier vielleicht ein bisschen unscharf. Und was ich gesehen habe, ist, dass man hier wieder ganz andere Mücken hat. Hier sind so kleine Schwarze, die tun richtig weh. Die Straße ist ja wirklich wunderschön. Eine kleine Traumstraße in Schweden. Komm dich drehe. Das letzte Teil hat er es geschafft. Hier sieht man das Problem mit dem Komootweg. Ich hätte hier über die Bundesstraße oder die Umgehungsstraße, über diese kleine Straße und über die Schiene hinweg gemusst. Und das hat nicht funktioniert. Und so kam es, dass ich jetzt diesen Weg gelaufen bin. Sportmöglichkeiten gibt es hier wirklich sehr, sehr, sehr viel. Auf solche Wege hat man sich hier viel Mühe gemacht. Dieser Weg hier oder diese Gegend hier ist auch absolut super. Mein dritter Intervalllauf jetzt in dieser Trainingsserie. Das ist ja die vierte Woche jetzt. Einmal 200, einmal 400 und einmal 1 Kilometer. Insgesamt waren es 11,5 Kilometer. Mit einem Schnitt von 6 Minuten und 15. Wir machen noch eine kleine Wanderung. Wir haben uns entschieden, jetzt doch nicht zum Nationalpark zu fahren und die Wanderung zu machen mit 12 Kilometern. Sondern wir machen jetzt hier in diesem Outdoor-Bereich, Morgen Outdoor-Bereich, die 8 Kilometer-Tour. Ja, deswegen nehmen wir jetzt die 8 Kilometer-Tour. Das ist die gelbe Tour. Hier ist der Startpunkt. Und wir nehmen die 8,4 Kilometer. Am Start ist die Beschilderung schon mal sehr gut. Das Mal habe ich keine GPX-Daten. Die ganzen Menschen, Sportler, die hier mit Fuchsäcken rumlaufen, sind nicht wie wir Wanderer. Fast immer spielen sie dieses Rispiespiel. Jetzt einmal um diesen See herum. Einen sehr schönen kleinen Wanderweg. Ja, das kann man wirklich vergleichen mit einer super toll angelegten Golfanlage. Bisher funktionieren die Schilder. Und noch immer ist die Beschilderung zuverlässig. Ich habe jetzt hier noch keinen Fehler gefunden. Monika bewundert hier die Mooslandschaft. Sieht toll aus, ja. Wie noch immer gibt es keinen Fehler in der Ausschilderung. Das Schöne ist auch, so wie die Strecken hier angelegt sind, dass man diese 8 Kilometer-Strecke hier an zwei Stellen noch auslehnen kann. Man kommt an zwei Stellen auf die blaue Route drauf, die 14 Kilometer hat. Monika baut wieder Tempodruck auf. Der Weg bleibt so schön. Hier gibt es auch Schlangen. Wir haben eben so eine schwarze Schlange gesehen. Wäden gibt es auch Wiesen, also nicht nur Wälder. Ja, hier ist die Insektenwelt auch noch in Ordnung. Hier summt und brummt. Es riecht ganz intensiv nach Blumen. Groß ist hier auch auf den Steinen ziemlich schön weit. Die Wege hier zeigen auch jeden Kilometer an. Und die Angabenstimmen decken sich auch mit denen an der Uhr. Das war ein schöner Wanderweg und auch wirklich gut zu gehen, auch als Laufstrecke geeignet, sofern man Zeit hat und es nicht eilig hat. Die Bewertung in Komont scheint mir doch ein Stückchen zu hart. Ganz anders als bei den Wegen in Rumänien und Griechenland, wo immer drin stand, einfach zu gehen. Das war jetzt hier eher einfach zu gehen. Und da stand halt drin, dass es relativ schwierig sei. Wir fahren jetzt zumindest mal auch an dem Nationalpark vorbei und uns den angucken. Aber wandern heute nicht mehr. Also mir reicht es jetzt auch. Ja, mit den Mücken hatten wir so die Erfahrung gemacht, dass solange man unterwegs sich bewegt, war das heute gar nicht so schlimm mehr. Beim Laufen war es ein bisschen übler, weil ich da einmal die Gegend hatte, wo diese fiesen, kleinen, dunklen, schwarzen Mücken drin waren. Hier beginnt jetzt der Nationalpark. Aber es ist nicht möglich, den Wagen frei von Stechmücken zu halten. Es ist keine Chance. Hier ist auch nochmal ein Parkplatz für den Nationalpark. Der ist sogar noch größer. Viel größer sogar. Der spannende Kreisel. Hier gibt es hier auch. In diesem See gab es jetzt hier eine riesengroße Ferienanlage, Laufstrecke und allem. Hier ist das Iserberg Mountain Roussaint. Keine Ahnung, was das ist. Aber hier sieht es auch gut aus. Hier ist ein 4-Sterne-Campingplatz. Oh, die Gegend ist klasse. Das ist eine wunderschöne Laufstrecke direkt am See. Und da ist auch wirklich viel los. Da geht es ab. Alles voll hier. Ja, hier tanzt man echt. Hier ist ein Schwedisches Dorf. Hier ist der größere. Ich studiere jetzt hier. Es sind noch etwa 20 Kilometer. Okay. Eine Buckelpiste. Sieht toll aus. Gefällt mir. Wie beschrieben. So auch diese Freizeit-Attacktionsgelände. Einen wunderschönen guten Morgen, heute ist es Mittwoch, der 10. Juli 2024. Ja, wir sind wieder auf einem sehr schönen Stellplatz hier in Schweden, direkt neben einem See, das scheint hier so typisch zu sein. Ja, hier könnte man auch einen schönen Lauf machen, Yoga-Übungen, alles wunderschön, aber auch hier muss man den Platz bis 12 Uhr verlassen. Jetzt wissen wir nicht genau, was wir machen, ja, das ist echt doof. Ja, wahrscheinlich fahren wir dann gleich los, machen gar nichts hier und lernen den Platz auch nicht kennen. Es ist jetzt schon kurz nach 12, wir fahren jetzt los. Ich habe zumindest an diesem schönen Platz die Standübung geschafft. Ja, es gibt hier auch einen Laufweg rund um den See, also der Platz ist klasse, wenn das mit diesen 12 Uhr nicht wäre, das ist für uns ein Grund nicht, nochmal hierher zu kommen oder mehrere Tage zu bleiben, das wäre auch eine Option. Die Zeit haben wir diesmal nicht, das heißt, die Zeit hätten wir, aber das ist nicht unser Reiseplan, nicht bei den Wetterbedingungen. Ja, man kann hier runter, da gibt es einen wunderschönen Weg auch runter zum See, rund um den See, das sind circa 11 Kilometer, also auch eine gute Laufstrecke. Wanderungen gibt es hier, hier wird für Kinder viel gemacht, direkt da unten ist ein Kinderspielplatz, also der Platz, wirklich gut. Die Erdbeeren auch. Erdbeeren auch. Ich habe es dann gestern und heute Morgen noch geschafft, wenigstens ein bisschen bei den Medienlatern aufzuholen nach diesem Plattencrash, den ich hier nur teilweise reparieren konnte. Und wieder die schwedischen Wälder, ganz viele Wohnmobile, die alle nach Süden fahren. Wir sind immer noch auf einer Höhe von so zwischen 200 und 300 Metern. Hier erreichen wir jetzt vom Breitengrad her den südlichsten Zipfel von Norwegen. Diesen Entfernungen hatten wir bei der Griechenland oder bei der Spanien Reisen ganz, ganz unterschiedliche Landstriche gesehen. Das ist jetzt hier nicht, es bleibt ja so ziemlich gleich alles. Ein riesiges Werk hier wird Volvo, wenn die Volvo Autos produziert. Hier ist ein großes Industriegebiet. Heute empfinde ich die Strecke auch als sehr langatmig, wenn man es da so zu sagen. Ein kleines Stück auf der E20. Wir sind auf der E20 wieder. Hinter dem See scheint dieses angekündigte Gewittergebiet zu sein. Und eben gab es einen Ort, da waren ganz, ganz viele sehr, sehr gut bewertete Stellplätze. Jetzt haben wir den Breitengrad der norwegischen Grenze erreicht. Wir haben jetzt hier in einem Supermarkt Halt gemacht, gehen einkaufen. Was doof ist, wir haben kein Geld abgehoben und das heißt, wir haben keine Münzen und können keinen Einkaufswagen losmachen. Das Gewittergebiet hat uns hier beim Einkaufen eingeholt. War nicht anders zu erwarten. Das Frühstück gibt es hier Zimtschnecken. Ja, dann gibt es heute so einen Ruhetag. Es scheint sich jetzt wirklich einzurechnen. Auf den Satellitenbildern sieht man, dass das Gewittergebiet riesig ist. Allzu weit dauert die Frag nicht mehr, noch circa eine halbe Stunde. Hier wird die Landschaft wieder interessanter. Ja, das Wetter wird nicht besser momentan. Aber wir sind jetzt bald da. Keine zehn Kilometer mehr. Wenn es voll ist, müssen wir uns was überlegen. Nicht mal Glück, ein super schöner Stellplatz. Und vor allen Dingen, ich dachte es wäre voll, weil uns ja Wohnmobile entgegen kamen. Und es ist alles frei. Cool, cool, cool. Da unten ist ein Kaffee. Ja, das gefällt mir ja. Hier bleiben wir definitiv zwei Übernachtungen. Trotz des Regens. Der Platz ist echt cool. Viel schöner als ich es mir vorgestellt hatte. Ja, man wird immer wieder überrascht. Da unten ist das Kaffee. Monika ist schon dort, will nicht mehr zurück wegen dem Regen. Pjörbeckens Susa och Bruck. Das Kaffee ist klasse. Haben wir jetzt so gut gegessen. Brettspiele, Zeitschriften. Superschön hier. Cool. Hier sind noch zwei deutsche Wohnmobilreisende angekommen. Zwei Paare. Super, super nett. Hier haben wir uns unterhalten. Sie kommen gerade von Oslo rüber. Waren in Norwegen. Wo wir gerade hinfahren. Der Kanal. Da aufsuchen. Na, ich gehe jetzt zurück. Bis zum nächsten Mal. Ciao. check. ich